So, wir sind jetzt hier beim Vortrag von Herrn Professor Tutu, heute am 9.05. Schreiben Sie einfach nach polnischem Internet. Jo, ich wollte mal das mal auszuschlippen, weil wir doch ein Warten um uns Blauf nicht gekriegt haben. Du hast von der Leistung hier aus uns halt ziemlich schwach. Ja, ich war so am Zusammenbrechen mit dem Vortrag. Irgendwann hat sich dann der Körper durch das Pausenmachen ein bisschen verrückt. Weil ich eher ein Gewicht gekriegt hier.